Guten Abend. Eigentlich könnte die Windkraft eine wunderbare Zukunftstechnologie sein. Aber die Branche klagt vor allem über Genehmigungsstau und Klagefluten. Bei den Windkraftanlagenhersteller Senvion sollen auch noch Managementfehler dazugekommen sein. Folge Insolvenz. Den ganzen Konzern, den wollte niemand haben. Deshalb lautet dort die Zukunftsperspektive nur noch Zerstückeln und Einzelteile verkaufen. Und für die ersten Bröckchen ist jetzt ein Käufer gefunden. Der deutsch-spanische Anlagenbauer Siemens Gamesa will Teile von Senvion übernehmen. Für welchen Standort in Schleswig-Holstein das eine gute Nachricht sein könnte, ist noch unklar. Die Laune könnte besser sein. Vier-, fünfmal hat der Wirtschaftsminister sich schon mit den Insolvenzverwaltern und den Arbeitnehmervertretern von Senvion getroffen. Auch heute waren die Nachrichten nur auf den ersten Blick gut. Siemens Gamesa hat Interesse an Teilen von Senvion, allerdings nur an kleinen Teilen. Und von bundesweit 1.400 Senvion-Mitarbeitern möchte Siemens nur 500 übernehmen, davon wohl nur 300 in Schleswig-Holstein. Wenn im Lande Schleswig-Holstein fast 500 Arbeitsplätze in dieser Form wegfallen, dann ist das eine bittere Pille für das Land. Ganz einfach, weil wir haben nicht so rasend viele Industriearbeitsplätze in Schleswig-Holstein. Und deshalb ist der Wegfall von industriellen Arbeitsplätzen besonders schmerzlich. Wir hätten uns deutlich mehr erhofft. Wir hätten natürlich von Anfang an mit der Insolvenzverwaltung gemeinsam auf einen Verkauf als Ganzes gesetzt. Der ist gescheitert. Das war die Botschaft auch schon bei dem letzten Treffen, als wir hier zusammen waren. Und das wissen die Mitarbeiter ja auch schon seit einer Weile. Sechs Monate Bangen und Hoffen für die Mitarbeiter, das ist auch jetzt noch nicht vorbei. Die Verträge mit Siemens Gamesa sind noch nicht unterschrieben. Das soll bis zum 26. September geschehen. Bisher gibt es auch noch keine Aussagen dazu, welche Standorte geschlossen und welche weiterbetrieben werden sollen. Nur so viel. Siemens Gamesa hat Interesse an der Windkraftanlagenwartung und an Produktionsstandorten in Portugal. Die Mitarbeiter, die Siemens nicht übernimmt, sollen in einer Transfergesellschaft unterkommen. Letztlich ist nichts in trockenen Tüchern. Es zeichnet sich ein Pfad ab, von dem ich glaube, dass er positiv, und auch der Insolvenzverwalter glaubt, dass er positiv gegangen werden kann. Der würde dann eben für die 300 Mitarbeiter die Weiterbeschäftigung und die Übernahme von Teilen durch Siemens Gamesa bedeuten. Aber bis zum Unterschreiben dieser Vereinbarung ist es durchaus noch ein Weg. Und man weiß, dass es da auch der Teufel im Detail stecken kann. Wählerisch kann die Insolvenzverwaltung von Senbion nicht sein. Das Angebot von Siemens Gamesa war wohl das einzig Ernsthafte, das am Ende noch auf dem Tisch lag. Seit Senbion in Schieflage geraten ist, hat unser Kollege Sebastian Duden die Entwicklung mitverfolgt. Und er ist jetzt hier bei mir im Studium. Siemens Gamesa übernimmt 300 Mitarbeiter in Schleswig-Holstein. Ist das jetzt noch als gute Nachricht zu werten? Es kann ja auch immer noch schlechter werden. Also bis zum 26.09. müssen die Verträge unterschrieben sein. Der Minister hat es gerade gesagt, es ist noch nichts in trockenen Tüchern. Es kann immer noch platzen. Und dann sind es auch nur 300 hier in Schleswig-Holstein. Von 800, das heißt 500, kommen in eine Transfergesellschaft und werden danach arbeitslos, wenn sie keinen neuen Job finden. Und gehen auch hier als Fachkräfte, als hochspezialisierte Fachkräfte im Land verloren. Das heißt, so gute Nachrichten sind das also auch im besten Fall jetzt eigentlich überhaupt nicht. Wovon kann man jetzt ausgehen? Welche Teile wird Siemens Gamesa wahrscheinlich übernehmen? Wir wissen, 300 Arbeiter werden in Schleswig-Holstein übernommen, 500 bundesweit. Man hat gesagt, die werden wahrscheinlich zu einer neuen Serviceeinheit zusammengeschmolzen. Das heißt, der Großteil wird meines Erachtens aus Bödelsdorf kommen. Dort ist der Service für die Windkraftanlagen angesiedelt. Und dann wird man sich aus anderen Standorten noch welche dazuholen. Vielleicht aus Osterhönnfeld ein paar, vielleicht aus Hamburg, aus der Konzernzentrale ein paar. Und dann die 200 dazuholen, um die 500 voll zu machen. Siemens Gamesa, was ist das überhaupt für ein Unternehmen? Das ist ein Branchenriese, der ist nach Fusion entstanden 2017. Also die Windsparte von Siemens ist verschmolzen worden mit einem großen Anlagenbauer aus Spanien. Konzernsitz ist auch Spanien. Und die sind sehr aktiv auf dem deutschen Markt. Die haben zum Beispiel auch jetzt vor ein paar Jahren erst einen großen Standort in Cuxhaven gebaut, um da Offshore-Anlagen zu bauen. Und ich sage mal so, die Reste von Senvion, die hat man sich passgenau jetzt natürlich zurechtgelegt. Die würden da sehr gut reinpassen. Vielleicht auch an dem Standort Cuxhaven, ist ja gar nicht ausgeschlossen. Und das muss jetzt die Zukunft zeigen, wie die sich weiter aufstellen. Also die sind auf jeden Fall auf dem Sprung an die Spitze und kaufen sich die Reste von Senvion dafür jetzt ein. In dem Film hast du eben ja auch schon erwähnt, dass es keine großen Chancen mehr gibt, dass noch andere Käufer für andere Teile auftauchen werden, oder? Genau, wir haben es in den Gesprächen vorher einmal gehört, da wurde übel geschachert. Da wurden teilweise Angebote abgegeben, die man auch gar nicht annehmen konnte. Also selbst mit ein bisschen Verantwortungsbewusstsein ging es einfach nicht mehr. Und der Minister hat ja auch gesagt, dass das wirklich das letzte Angebot war, was jetzt auf dem Tisch lag, was man ernsthaft betrachten konnte. Es gibt theoretisch noch ein Zeitfenster bis zum 26.09. oder bis zum Ende des Monats. Und so lange läuft ja die Frist noch, dann könnten rein theoretisch noch irgendwelche anderen Interessenten einsteigen. Aber das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Ganz kurz noch zur Transfergesellschaft. Die soll ja nur vier Monate bestehen. Gibt es da überhaupt Chancen, Mitarbeiter da noch in neue Jobs zu bringen in der kurzen Zeit? Vor zwei Jahren in Husum hatten die zwölf Monate, da haben sie natürlich viel reißen können. Aber jetzt in vier Monaten, das ist einfach zu wenig Geld, das da reingepackt wird. Das ist ja ausgehandelt worden zwischen der Agentur für Arbeit, zwischen Senvion. In vier Monaten kann man vielleicht einen Gabelstapler-Führerschein machen. Aber ich glaube, der wesentliche Punkt ist auch, dass die Menschen tatsächlich eine Schere im Kopf haben, weil sie sehr, sehr gut verdient haben bei Senvion. Und wenn sie jetzt Angebote bekommen, die es wirklich gibt, es gibt ja viel Mangel an Fachkräften, dann müssen sie sich damit abfinden, dass sie in Zukunft vielleicht schlechter verdienen werden. Und darauf kann man sich in vier Monaten vielleicht vorbereiten. Aber nicht unbedingt nur einen Job lernen. Sebastian Luden, vielen Dank für die Einschätzung.